Auf zum Herbstmarkt in Hohenfried am 12. und 13. November. Wieder ein Programm für Groß und Klein. Spiel, Spaß, Kunst, Kultur und Kulinarik erwarten Sie. Dieses Jahr neu. Benefiztheater Liebesträume. Von und mit Margret Sartorius und Siemen Rühhak. Im Anschluss Gala-Dinner mit den Schauspielern. Mehr zum Programm und Theaterkartenverkauf www.hohenfried.de Wir sehen uns am Herbstmarkt in Bayerisch Gmein. Am 12. und 13. November ab 11 Uhr.